Zu richtig mitgebracht und ich sag über uns, ey, Grußgebirsch. Heitro, Lars, wasch mal an, du nimmst doch uns ein Lamm. Ja, so ist heil, wir haben bei uns, ey, Matsgebirsch. La, 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 la. Höre ich die Berge rufen, setze ich mich auf die Kufen Und wenn der Chef den Urlaub schleicht, dann fahre ich ein